Hallo, hier ist Ronja und die Isi und ich sind heute in einem verlassenen Wald und müssen hier irgendwie versuchen rauszukommen. Du hast gesagt, wir gehen nach Disneyland. Wir sind nicht in Disneyland, wir sind im verlassenen Wald. Unser Auto ist kaputt, okay? Aber Disneyland! Wir haben das hier angeschlossen. Okay, wir müssen vier Benzinkanister finden. Ich habe hier schon einen Schraubenzieher. Hier ist eine Taschenlampe. Das ist gut, die können wir benutzen, wenn wir die nicht finden. Ich gucke mal drin, ja? Ich habe das Radio kaputt gemacht. Oh, nice. Eine Taschenlampe, okay, ich gehe mal zum Brunnen. Hier drin ist nichts. Okay, ich komme mal mit dir, weil hier drin war gar nichts. Nur hier drin ist nichts. Brunnen nicht. Ich komme nicht raus, ich ertrinke. Warte, du ertrinkst, warte, hier ist ein Geräusch. Oh, nein, jemand hat die Leiter weggemacht. Wie, jetzt jemand hat die Leiter... Oh, mein Gott, das ist ein Monstervieh, das kommt zu uns. Ähm, warte, ich will dir gerne helfen, aber ich komme kurz zu dir rein. Nein, versteck dich hier unten am besten. Aha. Run! Okay, was ist denn da? Boxhead ist in der Nähe. Okay, das ist voll großes Vieh. Und das... Kommt das hier rein? Das kommt hier nicht rein. Wir sind sicher im Wasser. Mein Gott. Das hat mich, das hat mich, das hat mich, das hat mich, das hat mich. Das hat mich. Ich bin da. Wir müssen die blöden Kanister finden, bevor das Monster kommt. Okay, wir haben nicht so viel Zeit. Taschenlampe hier, zack, zack, zack. Brunnen ist es nicht. Anderes Haus war es auch nicht. Das heißt, äh... Warst du in den beiden Häusern? Nein, ich war in dem Haus nur, in dem vorderen. Hier ist nichts. Ich habe noch gar nichts gefunden. Das Ding ist, das muss safe irgendwo im Wald sein, wenn wir hier eine Taschenlampe kriegen, oder? Und wenn das Monster zu unserem Haus kommt... Oh no, stimmt. Okay, geh du in die Richtung, ich gucke in die andere. Ich gehe in die Richtung. Äh, Benzinkanister, Benzinkanister, meine Taschenlampe knackt, gruselig. Oh no, das kommt bestimmt gleich wieder. Das kommt safe. Aber ich meine, immerhin hört man das Geräusch vorher, da kommt so ein cooles Jaulen. Warte, hier. Das ist schön, nichts. Das ist voll groß und stark, wie sollen wir das denn überhaupt... Wir können das nicht bekämpfen, oder? Wir können nur wegfahren mit dem Auto und dazu brauchen wir Benzin. Okay. Wenn wir nur ein Elektroauto hätten... Hätten wir mal ein Elektroauto gekauft, würde... Die Mondenergie würde das bestimmt aufladen. Ich denke auch. Oder wir könnten, weißt du, irgendwo treten, wie bei so einem Fahrrad. Und dann könnten wir uns da den To-Dings holen. Ey, warum nehmen wir nicht dieses Fahrrad, das hier rumsteht? Ja, weil wir haben nur ein Fahrrad. Und dann ist einer von uns, äh, hier dem Tode geweiht. Ja, Monja. Tut mir ja leid, aber ich bin die Erste am Fahrrad. Ah, nein, 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 nein. Oh mein Gott, nein, es ist schon wieder. Okay, 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 warte, 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 warte. Ich renne weg, ich renne weg. Ich renne in die Richtung. Ich steck dich im Haus. Ich steck dich im Haus. ich bin hinter dir also ich bin hinter dem bei dem wald okay ich komme zum haus glaube ich weiß wo es lang geht und wir haben zwei fahrräder ich bin dumm wir haben zwei fahrräder da vorne ich habe hier eins und da geht es nämlich nach links ja ich wollte schon ein fahrer mit dir was da ist es pass auf da vorne da vorne lauf 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 komm hier lang okay es kommt gleich wieder es kommt gleich wieder das schon mal wo ist mein fahrrad das sind unsere beiden fahrräder ist okay kein problem kommt kommt okay wir gehen mal hier den weg entlang okay wir finden das schon irgendwo wenn ich mich da gleich vorne ich meine schraubenschlüssel schraubenschlüssel aber vielleicht brauchst du den also hier im haus hallo ich sitze hier auf dem klo vor mein gott wir sind hier in der leben und tot situation du bist aufs klo wow okay entschuldigung soll ich mir etwa die hose machen nee bitte auch nicht hast du den schraubenschlüssel mitgenommen ja natürlich habe ich den schraubenschlüssel mitgenommen guck mal hier vorne geht es noch lange wir können hier lang schauen okay 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 ich bin ein bisschen mal unruhigt ich habe auch ein bisschen angst ich will gar nicht lügen ich bin ein kleiner schlüssel ich habe Angst vor monstern vielleicht vielleicht zurecht ja vielleicht wir haben immer noch kein benzin das darf doch nicht wahr sein okay warte da vorne war irgendwas hinter dir was hinter mir hinter dir lauf 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 ich rede ich rede ich rede ich rede wir müssen in einem haus verstecken oder so oder in einem zelt ist es sicher da weiß ich nicht hier jetzt kann es da guck mal oh mein gott das okay ich will hier Oh mein Gott. Nein! 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 Okay. Kann das mal weggehen? Bitte lass mich in Ruhe! Lass mich in Frieden! Ich will dir nichts Böses! Okay. Haben wir jetzt ... Wir haben es nicht. Das wurde geresettet. Okay, wir müssen das Benzin wiederholen. Wir müssen das gleiche wieder hin. Okay, Ronja, wir dürfen beide nicht sterben. Okay, das Ding ist, Wir wissen jetzt immerhin, wo ein Benzin ist. Das war hier beim Feuer und dann weiter. War das hier vorne? Ich glaube nach links und dann über die Brücke. Ich habe hier einen ganz grässlichen Orientierungssinn. Oh mein Gott, das ist direkt neben mir gespawnt. Nein! Oh mein Gott, das ist ein Stress. Sag nicht, du bist tot. Ich bin tot. Nein! Ich komme wieder. Okay, mach gut. Kann ich das Fahrrad nehmen? Lass uns die Fahrräder nehmen. 100%! Ich glaube, damit sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Mhm. Okay, vielleicht können wir damit auch fliehen vor dem Monster. Jaja, das habe ich mir auch gedacht. Okay, okay. Wenn ich den wieder finde, ja. Kein Problem. Ich habe einen zweiten! Du hast einen zweiten? Yes, ich habe einen zweiten. Okay, sehr gut, sehr gut. Okay, es kommt, es kommt, es kommt. Wo ist der blöde Kanister? Oh no. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich bin hier auf dem Fahrradweg. Ich habe mein Fahrrad verloren. Nein! Äh, warte, ich habe mein Fahrrad, ich weiß nicht, wo das Ding ist. Okay, ich sehe das Monster nicht. Siehst du auch nicht? Oh mein Gott. Boah, ich bin richtig gestresst gerade, ne? Ich will gar nicht liegen. Du hast den Kanister? Ich habe den Kanister nicht, ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo ich war. Nein, da ist kein... Warte, hier ist das Zelt. Oder? Ist das das Zelt? War das bei diesem Turm? Nein, das ist bei mir! Nein, komm, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay, warte, warte, du bist da. Ist das hinter dir? Ja. Oh ja, oh ja. Okay, schnell nach dir. Warte, ich fahre. Oh, ich hoffe, es bricht mich nicht. Leute, wir müssen einfach nur zum Auto und den einen Kanister reinfüllen. Ich sage, dann haben wir schon mal irgendwas erreicht. Okay. Bist du hinter mir? Ich bin beim Auto fast. Du bist beim Auto? Ja, ja. Oh nein, mein Fahrrad ist kaputt gegangen. Das geht kaputt? Ja, der Reifen ist abgefallen. Wie jetzt? Äh, Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel. Ich sagte... Ja, du kannst es damit reparieren. Okay, ähm... Okay. Ich weiß nach wie vor nicht, wo dieses blöde Ding ist. Weißt du noch, wo unser erster Kanister war? Ich weiß noch, der war, aber der stand nicht mehr da. Der stand nicht mehr da. Okay, vielleicht zählt das nochmal. Nein! Weg hier! Von der ersten Star. Okay, warte, warte. Ich habe mein Fahrrad beim... Ich gehe zum Haus. Scheibenhäuser, meinst du auch kaputt. Ich bin beim Haus. Okay, repariert. Komm. Oh mein Gott, Ronja. Ich komme zum Haus. Nein! Mein Fahrrad brennt! Ich bin durchs Feuer gefahren, ich Idiot. Ronja? Haus? Ist es noch da? Es ist noch da, aber es geht weg. Es geht weg, es geht weg. Es hat mich gesehen. Es rennt zu mir! Scheibenhäuser! Nein, nein, nein! Lass mich infreiten! Lass mich infreiten! Lass mich infreiten! Lass bitte weggehen! Lass bitte weggehen! Ich traue mich... Nein, es... Okay, es kommt zu dir. Oder? Ist es am Haus? Ja, ich sehe es. Nein! Run! Warum ist es denn immer in der Nähe? Kann das mal weggehen? So ein Mist! Okay. Wir haben ein Benzin wieder. Von der, wo ist es? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich glaube, es ist noch am Haus. Ich bin hier ein bisschen weiter außerhalb. Ich folge gerade den Weg. In der Hoffnung, dass ich noch mehr Benzin finde. Weil ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung habe, was ich sonst machen soll. Okay. Äh, hier... Oh, hier ist ein Benzin! Okay. Nein, 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 nein! Ist das bei mir? Ich bin immer richtig gestresst, wenn diese Herzgeräusche kommen, ne? Es könnte auch bei mir sein. Ich bin auch super, super... Äh, ich habe gerade richtig Angst. Das Ding ist, es darf mich nicht töten, weil dann kann ich nicht respawnen. Oh! Warte, du hast zwei Kalister? Ja, angeblich! Ich habe auch angeblich zwei. Warte, da ist es. Es ist beim Haus, es ist beim Auto. Wir können nichts einfüllen. Okay, warte, ich komme langsam zum Haus. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo mein Fahrrad ist. Ich glaube, das ist kaputt gegangen zwischendurch und jetzt ist es weg. Ähm... Ich glaube, es ist weg. Okay, ich komme. Fülle ich denn jetzt hier Benzin ein? Okay. Da, beim Generator. Okay, ich habe Benzin eingefüllt. Irgendwas macht nasse Geräusche. Bin ich das? Das war das Benzin, Ronja. Okay, das war das Benzin. Okay. Ich laufe jetzt ein Stück und, äh, bete. Okay, das ist gut. Wo bist du? Äh, ich bin, ich bin beim Haus. Ja, ist das unser Haus? Okay. Pass auf, es ist gespawnt, es ist gespawnt, Ronja. Es ist gespawnt? Es ist gespawnt. Es ist gespawnt. Warte, ich muss dann kurz das Benzin einfüllen. Es ist das Haus. Füll schnell ein und versteck dich dann. Wie viel hast du? Ich habe einmal eingefüllt. Ich versuche hier wegzukommen. Ich habe bis jetzt erst eins eingefüllt. Du hast auch eins eingefüllt, gell? Wir haben zwei. Ja, ich habe auch erst eins. Okay, wir haben zwei von vier. Wir brauchen noch zwei, ja. What? Ist es bei dir? Okay. Nein, es war aber gerade bei mir. Ich habe es in der Stadt nicht gesehen. Also in der Stadt, bei den zwei traurigen Häusern, die wir da haben. Okay. Okay, ich glaube, Weg folgen ist eigentlich das Einzige, was wir hier machen können, oder? Nein. Sag ich, während ich hier mitten in der Pampa rumrenne. Aber hier ist, glaube ich, der Weg gewesen, ja. Hier sind Boote, hier ist so ein kleiner Hafen. Warst du hier schon mal? Nee. Ich mache meine Taschenlampe wieder an, es ist ein bisschen dunkle. Okay, ich bin beim Weg. Ich versuche hier gerade erstmal den Weg zurückzulaufen, in dem ich gekommen bin. Dann hole ich mein Fahrrad, falls ich das zwischendurch nämlich wieder finde. Das musste ich nämlich zurücklassen. Und da ist es. Sehr gut. Dann repariere ich das nämlich erstmal. Zack. Dann, hier war ein Kasten. Hier ist der Weg, der weitergeht. Wo bist du gerade? Ich bin bei den Booten. Hier ist so ein kleiner Bootsanlieger. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ein Monster hier irgendwo ist. Okay, ja. Das kann durchaus passieren, ne? Warst du jetzt schon mal ein Bootsanlieger oder nicht? Ich bin jetzt beim Wasser. Hier ist Boote. Hier ist so ein kleines Haus. Ja, da bin ich auch. Ich bin bei Booten. Bist du hier? Ich bin bei dir theoretisch. Ich sehe dich nur nicht. Ich sehe dich auch nicht. Ich bin bei diesem Bootsteg, wo man hinkommt. Ich habe keine Ahnung. Hier steht auch mein Fahrrad. Hier ist ein Radio. Vielleicht können die... Hier muss doch aber noch irgendwas sein, oder? Hier ist ein leeres Fass. Hier ist ein leeres Fass. Ich habe da nichts gefunden. Geht es hoch? Das war lange nicht da, oder? Ja, ich denke, das ist eher in der Nähe vom Haus. Vielleicht sind wir hier ein bisschen sicherer. Ich hoffe, ja. Recher, Ofen, da ist auch nichts. Aber der Weg geht hier nicht weiter. Das geht nur bis zum Wasser. Kann doch nicht so schwer sein. Ich habe nur zu Hause gefunden. Es ist hinter mir. Es ist wieder hinter mir. Ich glaube es nicht. Okay, das ist das letzte Mal, dass ich meinen Fahrrad reparieren konnte. Vielleicht gibt es irgendwo zwischendurch so Reparaturequipment. Da muss ich mich nach umschauen. Okay, hier war mein Weg. Hier bin ich langgefahren. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal den Weg zurück und gucke, ob ich eine Gabelung finde. Die Gabel habe ich dabei. Was ist das Einzige, was ich machen kann? Ne, eine Gabelung. Achso, eine Gabelung. Was ist eine Gabelung? Ja, wo der Weg sich trennt in zwei Wege. Gabel mit einem Punkt. Ah. Hier ist ein Haus. Waren wir hier schon? Ich weiß nicht, wo du jemals warst. Das ist ein bisschen das Problem. Vielleicht hätten wir zusammen bleiben sollen. Ja, das tut mir auch so. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir irritieren das Monster. Glaubst du? Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir getrennt sind. Vor allem, wir können nicht gleichzeitig sterben, was ja auch gut ist. Das ist theoretisch gar nicht schlecht. Ah, hier bei dem Bootsanlieger warst du bestimmt. Ja. Hier ist noch ein anderer. Okay, hier sind es zwei. Dann waren wir komplett an gegenüberliegenden Orten auf der Map. Okay, verstehe. Ich war jetzt hier gerade an einem kleinen Ort, aber da war kein Benzin mehr. Mann, das kann doch nicht sein. Da vorne war irgendwas. Oh mein Gott, das ist direkt vor mir. Es ist direkt vor mir. Pass auf, pass auf. Nein. Die kommt manchmal einfach vor mich. Okay. Das Ding ist... Warte, haben wir noch Benzin? Ah, wir müssen alles nochmal neu anfangen. Wir müssen alles neu... Ach, das ist so ein Mill, ne? Okay, ich hab's. Ich hab das Benzin. Wir füllen das jetzt ein. Okay. Eins, zwei, drei und vier. Okay, okay, okay. Alright. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass das Monster nicht kommt, bis unser Auto startet. Äh, das Auto startet, Ronja? Okay. Ah, hallo, warte. Oh nein, nein, nein. Es ist hinter dir. Oh nein. Es ist weg, es ist weg. Es ist weg, Ronja. Fahr, fahr, fahr. Bist du neben mir? Ich bin neben dir. Okay, ich fahr jetzt durch den Tunnel vorne weg. Oh mein Gott, ich hoffe, dass es nicht kommt. Okay, äh... Fahr einfach so schnell du kannst. Ich kann nicht schneller. Das Auto fährt nicht so schnell. Ja. Okay, hier einmal durch. Und, ja. Schaffen wir das? Kommen wir hier durch? Ich glaube, ja. Ja! Yes! Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Nice! Oh mein Gott. Okay, das war's mit dieser Folge, ähm, keine Ahnung, Flüchte aus dem Horror-Wald-Ding. Ähm, äh, you lose. Äh, 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 nein! Wie jetzt? Da sind noch mehr von denen! Ich seh hier gar nichts. Ich bin hier viel zu nah ran gesoomt. Wie, da sind noch mehr von denen? Ja, beim Ausgang sind noch mehr. Okay, wir bleiben, glaube ich, für immer. Ich hab keine gesehen. Da sind noch mehr. Ach, cool. Na gut. Ja, klasse. Gut. Ähm, na toll. So, das war's mit dieser Folge, ähm, wir versuchen aus dem Horror-Ding zu entkommen. Es hat nicht geklappt. Aus Gründen, die keiner versteht. Wir haben das ganze blöde Benzin gesammelt. Wir hatten große Angst, aber es ist vorbei und wir sind jetzt im Himmel, glaube ich. Weil es ist alles sehr weiß hier. Ich glaube auch. Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr und schaut auch bei der Easy vorbei. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020